Die HSG DHFK Leipzig ist eine Sportgemeinschaft aus Leipzig. Sie war bis zur Auflösung der Deutschen Hochschule für Körperkultur als Hochschulsportgemeinschaft angeschlossen. Seit 1990 ist die Sportgemeinschaft als eingetragener Verein organisiert. Heute gehören etwa 60% der Vereinsmitglieder dem Seniorenbereich an, 20% sind Kinder und Jugendliche. Die überwiegend das Sportgymnasium Leipzig oder die Sporthoberschule Leipzig besuchen. Während der Zeit des Bestehens der DDR wurden in dieser Hochschulsportgemeinschaft Sportarten gebündelt, die nicht olympisch waren oder in denen sich die DDR mangels Erfolgsaussichten nicht an den olympischen Spielen beteiligte. Trotzdem verzeichnet der Verein eine Reihe nationaler und internationaler Erfolge. Heute bietet der Verein folgende Sportarten an. Aikido, Badminton, Boxen, Altersturnen, Kanu, Kinderturnen, Reha-Sport, Rhythmische Sport, Gymnastik, Sport, Schwimmen, Stepptanz, Tischtennis, Triathlon und Wasserspringen, sportliche Erfolge.